herzlichen willkommen zu einer weiteren folge aus dem aufwürdigsten marsch das ist unsere arbeit fort mit der ernte aufwärts 2 des weiteren arbeiten wir bei der aussaat dann nehmen wir zur normalen helfe dann sehen wir jetzt die karte aus 10 kmh da sind wir kaputt 2 0 1 1 2 3 4 4 6 6 5 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 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 7 8 8 9 9 8 9 9 9 10 10 9 10 10 9 10 10 10 10 10 11 11 ob er auch die lenkung wieder aber ran dann werden wir heute auch noch fertig hier auch nicht schlecht ich kenne die kühe noch ein bisschen gras ich fahre zu schnell vorwärts nicht gut okay wir geben auch mal höher er macht noch eine runde dann ist er auch fertig da sieht es auch gut aus jetzt vorne anschalten anschalten und gleich halten wir auch an hier mal gleich gras und rennen in der guten kiste es wird es wird es wird auch schönes gras facken schwach aber für das bisschen muss reichen mal die Karte ausmachen komm wieder hin an da war die Leer ich hab nicht weitergefahren in der Busche so, Gas geben wir mal Gas geben hat 60 Uhr Zeit 20 Uhr 2 so, wenn das jetzt fertig ist Listeaktion Stroh und Verkauf nehmen wir einen Sammelwagen Leistung Grafikkarte Höchstwerte TPU 40% naja gut aus gut aus der erste fertig aber halt noch nicht alles da fahren wir gleich hier vorne machen weiter so super läuft C wird alles aus B 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 Vielen Dank. Enge Kurven, mag er nicht. Lange Grado stecken, wenn gut. Ich hätte mal den Fett nehmen sollen, ein bisschen schwach. Rückwärts fahren, rückwärts fahren, rückwärts fahren. Jetzt ändern wir jetzt ab hier. Kurz helfe, alles aus. Okay, geht nicht. Gut. Der Traktor ist zu schwach dafür. Der Traktor ist zu schwach. Der Traktor ist zu schach. Der Traktor ist mit der Tatnisch. Die Tatnisch sind zu schwach. Ich weiß nicht, ob ich es war, oder nicht? komplett aufgenommen das ist typisch kommend nix ich will hier rein arbeiten wirst du mit mit würde aus aber fertig sein es ist so damals wegen drei meter Ciao. das ist nicht gut. Raus holt nicht gehen. Auch fertig. Jetzt machen wir Gras fertig. Nein, Kunk. So. Ganz anders arbeiten. Aber dass ich da noch etwas liegen lassen habe. Ich habe immer vergessen, anzuschalten. Aber das nehmen wir gleich mit. So. 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 das soll es für die heutigen gefolge gewesen sein die zeit ist wieder um ich hoffe es hat euch gefallen würde mich freuen die meinen like gerne mein abo sagen danke bei bei